Als Sportler kann ich mich auf meinen Körper verlassen. Ich trainiere seit Jahren hart und gewissenhaft an meiner Kraft und an meiner Ausdauer. Denn schließlich geht es ums Gewinnen und dafür gebe ich alles. Doch was wäre, wenn plötzlich alles anders wäre? Wenn ich krank würde und ich mich nicht mehr auf meinen Körper verlassen könnte? Die Diagnose Leukämie kann jeden treffen. Und man ist hier ohne die Hilfe anderer hilflos ausgeliefert. Deshalb habe ich mich entschlossen zu helfen. Ich möchte Lebensretter werden und habe mich deshalb beim NKR als Knochenmarkspender registrieren lassen. Das kannst du auch. Komm in mein Team. ante kallendy. Greaterzukunde. cattle ist es gut so gesund ist es bedeckend. szcz수�letzen sind zu sagen so Good Life und Like TeILL. Musik Musik Musik